Ich bin Lenke, 15 Jahre alt und ich möchte euch zeigen, dass Sandwirtschaft nichts für langweilig ist. Mein Leben auf dem Hof ist abwechslungsreich und spannend. Es läuft nicht immer alles auf Anliegen glatt, aber dafür finden wir immer eine Lösung. Ich bin Lenke, 15 Jahre alt und ich möchte euch zeigen, dass ich ein Leben auf dem Hof ist. Am meisten Spaß habe ich an unseren Kühen. In unserer Kuhherde habe ich drei Lieblingskühe, denen ich schon viel beigebracht habe. Meine Tiere bedeuten mir sehr viel. Ohne unseren Hof, die Landwirtschaft und meine ganzen Tiere könnte ich mir das Leben heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin Lenke, 15 Jahre alt und ich möchte euch zeigen, dass ich ein Leben auf dem Hof ist. Ich bin Lenke, 15 Jahre alt und ich möchte euch zeigen, dass ich ein Leben auf dem Hof ist. Besonders meine rotbunte Kuzura geht mit mir durch dick und dünn. Ich möchte euch zeigen, dass ich ein Leben auf dem Hof ist. Liebe Grüße aus Nordrheinland. Liebe Grüße aus Nordrheinland.